Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir Apps und Games und heute mit einem echt lustigen Spiel für euch, einer lustigen App von Spungie Games. Und wenn ihr den Titel schon gelesen habt, wisst ihr worum es geht. Es geht heute um Failing Breaks. Wir müssen failen, ja wir müssen Fehler machen heute. Ja, müssen nicht, aber dann wird es echt lustig. Werdet ihr sehen, das ist unser Fahrer. Ja, Failing Breaks, so wird es geschrieben Leute und da werden wir gleich einen Hang herunterfahren. Ja und wir werden failen. Wie genau, das sehen wir jetzt direkt. Ist ab 6 Jahren geeignet und schaut euch das jetzt mal an. Der versucht zu bremsen, aber die Bremse, sie funktioniert nicht. Failing Breaks halt und jetzt hier rüber und wir müssen jetzt diesen Hang hier herunter und erstmal einen Schutz abholen. Und wenn wir einen Unfall machen, werdet ihr schon sehen, was passiert. Das war knapp. Hier die Rampo. Nein, nein. Und schaut euch das an. Ich kann Slow-Mo oder ganz schnell machen. Oder Slow-Mo. Ganz schnell. Das ist das Spiel und wir müssen so weit kommen, wie es geht. Ein echt witziges Spiel, Leute. Wir versuchen es direkt noch ein paar Mal. Failing Breaks von Spongy Games. Echt cool. Ab 6 Jahren geeignet, Leute. Ladet es herunter und es geht wieder los. Diesmal nicht in so einer Schneelandschaft, sondern im Wald hier. Wo es nicht schneit. Wir dürfen natürlich auch nicht gegen die Bäume fahren, weil wir müssen lieber über den See oder über den Teich über den Fluss. Nein! Mann! Das ich dich nicht machen soll. Das war die Cockpit-Ansicht. Es geht direkt weiter. So, es geht direkt weiter, wir sind jetzt, ja, na, wüsste, oder? Und es geht weiter, nein, da fängt er durch die Gegend, weil die Bremsen nicht mehr funktionieren. Schade, dem geht es nicht so gut, aber er lebt noch, hat nur ein bisschen Kopfschmerzen. Noch ein paar Runden versuchen wir uns zum Beispiel. Nein! Mann, das geht doch nicht. Aber die Stunts danach sind auch schon sehr, sehr witzig. Faley Braids, die bremsen, die versagen. Gut, gut. Wow, 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 vorsichtig. Hey, von wo bist du denn gekommen? Das gibt's doch nicht. Gut, wir suchen's mal weiter. Es gibt wahrscheinlich auch andere Autos noch, aber bei denen funktionieren die Bremsen wahrscheinlich auch nicht. Was ist das denn für Autos? Wow, jetzt seht ihr hier in so einer bestaubenden, radioaktiven Landschaft. Hier lebt gar nichts mehr, außer natürlich ein paar Autos von Studio, die hier vorbeifahren. Ach, nö. Voll daneben. Wow, das hat weh. Wie können wir denn das Auto wechseln? Wollen wir mal gucken, wie viel wir denn dafür brauchen. Oh, Standard. Neh, wir wollen. Wow, die Clarkson. Wie kann man den denn? Habe ich den schon, oder? Glaube nicht. Oh, kriegen wir den dann. Nein, nein. Wir suchen uns jetzt erstmal hier weiter. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Goldmünzen. Steuerung nicht so einfach. Hey, das gibt's doch nichts. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Voll gegen den Kaktus. Oh, Mann. Das ist so eine Pappfigur, oder? Kann ich denn kein Auto holen? Ich würde mir gerne ein Auto holen, aber... Warum sticht hier denn nichts? Hm. Sieht ja cool aus. Schade. Machen wir jetzt erstmal weiter. Wir müssen hier noch ein bisschen... Apokalypse down. Also die Apokalypse ist gerade hinter uns. Wie sieht das denn so aus? Das ist zwar nicht auch ganz cool aus. Wir kommen mal so. Kommen wir ja so weiter. Nein, kommen wir nicht. Selbstverständlich nicht. Mann. Schalteska? Warum nicht? The Rusty. So. So. Mit einem neuen Auto. Eine Abschleppbahn. Weil der fährt sich genau so schlecht. Ja, auch keine Brücken funktionierenden Bremsen. Boooo. 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 Booo. Bap expression. versuch leute bei mann fähig breaks ein echt lustiges spiel leute was sagt ihr schreibt doch in die kommentare und wenn es euch gefällt gerne einen daumen nach oben wenn es euch gar nicht gefällt auch gerne daumen nach unten kein problem aber lasst doch ein abo da und schreibt doch 30 kommentare und wie geht schon weiter leute wir sehen uns beim nächsten mal tschau tschau